hier ja sind wir im zirka überwenden zwieg um und schockern stammt mir waren dort mitkommen wo die komisch weiße kammer sind ich denke mir nach den alten innenstudier gucken direkte wie für du genau das ist schön ich muss unbedingt mal schneiden so es ist immer nervig ein Schnauzer zu holen, von Barthor zu lang gehen und er dringt ihn ab, aber es ist auch noch ewig nass und er hat das alles so degelass okay, jetzt geht's los jetzt was er dann mit dem nicht 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 nein nicht 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 Das war's. Das passt nicht mehr. 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 Ja. Das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Okay. Okay. Das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Okay. 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 Ich kann da aber nicht rüber gehen. Ich kann da aber nicht rüber gehen. Du wieselst doch mal bei Apex. Der kam doch auf die anderen drauf. Ich meine, für den rüber zu fangen. Also wann hat man irgendetwas Ding angeleucht? Das ist in der Gruppe. Da muss er die doch so machen, dass der Stream ist vorher. Das sind Selbstgespräche. Das ist ein Mikro. Ich habe schon gesehen, dass er ein Mikro vom Mund fäscht. Ich habe schnell mal gemacht, wenn ich den anderen Mikro habe. Das ist ein Mikro. Ich habe die Scheiße. Ich habe dann einen Weasel gespielt und Fettacke. Eine Chance. Ich habe den Weasel, den Abi, und dann den Daniel noch gekauft. Da wo der Fettacke war. Ich habe ein Abi. die schlitten, ja. Sie kommen aus, so. Oh, das... Oh Dann hast du noch was betreut, wenn du dein Knut. Aber ich fühle, ich bin so furchtbar. Bisschen mit unseren Mädchen, haften Alten. Bisschen mit unseren Mädchen, haften Alten. Tschüss, die Katzen, aber ich bitte so lange lassen. Guck dir, ich bin in dieses Knusel! Ich bin in diesem Knut. Ich bin in diesem Knut. Das war's. Und wer ist weggeziert. Schau. Du, die Mische an und du Wiese gleichzeitig schlug er mal bei mir am Spielen. Du Wiese hast den dumm dafür, der gesagt hat wohl nicht, wann man zu süd ist oder nicht, finde ich, gern? Ich hatte die überhaupt befremd. Aus denen ich überhaupt jemals einen gesiehen bin. Was? Was? Was hast du jetzt hier, Simon. Ja, es geht jetzt hier. Du musst die Sternzen für ehren. Wenn wir nicht, wir sind Hamburg. Das ist doch nicht plüsch. Ja. Oder willst du durchleben, Taramei? Was? Was ist jetzt gut? Was? Kino, ich hoffe, das ist schon lang hier. Binnen jungen construir. Wir machen uns immer. Ich kann das nicht mehr so schnell wegwerfen. Das ist ja nicht mehr so schnell weg. Ich bin nicht mehr so schnell weg. Ich bin nicht mehr so schnell weg. Warum geht das Internet den ganzen Tag super gut? Und wenn du es kannst, muss das Internet neu gestopfen. Wie kannst du das erklären? Ich lebe das ganze Tag im Internet. Das passt nicht mehr. Nee, ich war den ganzen Tag im Internet. Du warst nicht mehr. Ja. Du warst nur noch einmal. Du warst nur 20 Minuten. Du warst nicht mehr. Ich habe den ganzen Tag im Internet geschläft. Du schläfst immer. Du schläfst immer. Ich habe den ganzen Tag aus dem Internet gelaufen. Ich habe den ganzen Tag geguckt. 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 Du bist nicht so gut, du bist nicht so gut. Du bist nicht so gut, du bist nicht so gut. Nein, du bist nicht so gut, du bist nicht so gut. Du bist schon aus der Explode, komm, ne? Ja. Wannst du ein Handy? Einfach küsse um Akku, das ist nicht gut. Ja, alle Akku kann explodieren. Na, ich warte und so. Mein Kind, der lebt ihn aus dem Kopf küsse, mir hängt ihn aus dem Strom. Oh. Den nachher gibt's wieder erstens vor, Kevin. Da ist keine Antwort. Achtung, Kevin, ein Schmier. Nee. Nee, gehst du, gehst du so, dass ich will quick ane, so hast du nicht für Burger King, also ist doch nicht egal. Ja. Ja, vielleicht war der Kevin schon jetzt. Da fack Pizza jetzt, ne? Nee, ist aber nicht. Hm. Schon mal ne Steck Pizza gehst, du singen. Ja. Seht nicht nur was mir aus. Hm. Ja. Ich hab ihn, aber nicht mehr. Ja. 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 Vielen Dank. Und es lohnt auch ein Grat-Bull-Mod-Scholli-Mod-Rängt an das Geschoss, weil das mal praktisch nicht mehr ist. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob mir das alles kaputt hat aus. Man muss die Masse zurückgehen. Ja, was denn die Masseurai ist, haben sie ihre umgekehrt? Oh mein Gott. Flatline. Und hab mal da reingedruckt, ich hab schon vergessen. Okay. Ne, was war Flatline? Spiel ich zu dieser Decke. Die sind fast, man. Das ist auch ziemlich präzise, Flatline. Drei Spenried. Das ist alles gut. Und ich hab in die Hand. Okay. Nein, sag ich. Ja, so skundig. Der Ränken steht an der Stuf. Du weinst, du konisch musst du gerne hingehen. Nein. Oh ja. Es ist eine große Zeit, aber es ist ein Team woanders. Ich bin schön. Ja! Wer wird das? Ich bin die Süß! Ich bin der Hauptschirm. Ich bin der Hauptschirm. Sie lassen sich nicht her, Alter. Mann, die Füge schnauze ich noch. Mann! ich kann nichts mehr tragen du bist du bist Ich hab nicht gekriegt. Das ist lustig. Okay. Ich meine nicht. Wo wollen wir das denn? Ich hoffe es dauert nicht so lange wie Gösch dabei. Gösch dabei wirklich über die Riebe. Ja das Guus, die Guus dauert. Viele Jahre. Die Dengen. Die Dengen. Die Dengen. Ich habe mich nicht wirklich. Ich habe mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Die Dengen haben wir hier eingestellt. Easy. Oh, oh! Was ist das, Luca? Ich habe meine Hand in die Mikro geschlagen. Ich würde gerne in meine Hände gehen und ich habe meine Hand nur viergezogen und voller mein Mikro herangeballert. Voll der Mikro geboxt. Ja. Oh, okay. Sollte halt gebrauchen. Oh, okay. Oh, okay. Bacon cheese, oder? Bacon cheese, oder? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, okay. Geil. Ich dachte mir, das ist von jetzt so eckenhaft. Also, ja. Kein von all den... Kein von all den Streamer hat sich so umgestalt, wie ne. Denen trifft sich doch umgefeuert. Das ist gut. Du denkst schon schlecht, wenn ich nur gucke. Im Weg. Oh, du lässt zu gehen, nicht so ein Hubschiff hier. Und du fährst dich auf, Mann. Also, kein nur zu suchen, bevor du hier, gell. Ja, das ist auch ein richtiger Bauer. Ich meine, schön dir von Papa Plotte geguckt. Also, irgendeine Freundin, die du zugegierst. Ganz normal. Für mich verdrehen zu mir. Oh, der Lazzugo, also was für Schöne. Nee. Nee. Mega all, ne. Nee, er streamt eh du Scheiß. Und er streamt. Ja, und er bringt er bis. Ja. Oh, schau, ne. Ich hab ihn gespiegelt. Ich hab ihn gespiegelt. Ja. 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 Oh! Oh! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, du warte, wie ein ewig Schmonster! Hat sie ja kurz mit schulden! Ah! Je, kotz, rech! Ey, wir verschießen, ob man die Wange kommt, ey! Das! Wir haben uns einfach nicht... Wir müssen uns einfach nicht flitzen! Ich hab noch schon Streams von der Zubow geguckt, geil! Oh, heinst du Knüppknaps raus, wo du denkst, oh, oh, mein Soße am Fung. Nütz. Wir sind da mal ein Babel Apex, Hanno. Juhu, wir sind in der Schlebe. Oh, noch viel, denn du bist ja nach, also nicht schlafen. Wir kommen. Zeit, muss ich auch am Sachsen und abdrehen. Ja, und da geht ihr nicht mehr ab, aber ich habe ein Sachsen, dann habe ich ewig ab. Okay, dann, was für die Dinge habe ich heute gegangen. Ja, weil ich habe ein Sachsen, um jetzt dann. Na, aber so. Also, den Donnersten oder den Freiden könnte man rein, könnte man sicher erst kommen. Weil du geh nicht sicher schaffen. Das ist jetzt schon bald, dass wir uns sowieso zu subjektieren sind, okay. Also, der Samste wurde, ach, schön, die Länge, na gut, gefroht für den Samste. Nee, ähm. Boah, das wäre ja auch nicht schlimm, aber nicht. Geht mal zu drei, oder? Weil, geht in den Turm nicht mehr, natürlich. Kommt zu früh, und den Turm nicht. Weil, das war ja auch nicht schlimm, ich habe einen Dillen, ich habe einen Dillen, ich habe einen Dillen, ich gucke mal. Guck mal, Grund, dem Kimmanker zu schreifen, vielleicht schläft er noch. Ja, Mann. Hallo, Dillen, so, ich wollte dich kurz kurz holen, wo du für Lust hast, ist ein paar Besamste, denn du und Joy, mit meinem Kaffee in meinem Backauern, mit mir essen zu gehen. Ich muss auch kein Kikanya sehen, ich kann gerne ein Kikanya sehen, aber ich wollte nicht mehr von uns, weil es mag sein. Für Weihnachten, ja, dann ist es für Leute. Ja, ja. Ich habe nur allgemein, dass ich sprachnäglich gemacht habe. Ja. Kevin bleibt, ich denke, noch ein Schinnen-Trahl. Nein, bei dem Turm, das sind die, ich glaube, hier. Der Turm ist nicht schlimm, hier sieht er zu, oder kommt es auch nicht? Ja. Aber beim Turm steht es nicht ehrlich, warum ist sie bei Silicillin, also ist sie aufgefordert, oder? Es ist, ähm. Es wird nicht sein, gut nur der Pot geworfen. Wenn die Kima viel hier rumkommt, meinst du den Luft noch, oder würde ich schon blöde sein? Keine Ahnung. Ich bin von dem Heere, naja. Oh, ja. So, und der Stream kommt und das nie mehr hier rumkommt. Das ist das, also, dass ich da war, Tiana am Stream. Halt mal, du. Ich war immer froh, dass die Tiana bin und so, äh... Jo, dann treffen wir uns. Okay. Witzig, dass der Algo Richtung Stuttgart heute den Diener nicht so geantwortet hat. Und, was zählt denn? Oh, ja. Ja, das war, dass ich nicht nur ein Köring an hatte. Und jetzt, wenn ich mich leider auch so, weil ich mich nicht irgendwoются fou anziehen, also auch ein Planung zu haben. Aber das ist, auch wenn ich nicht so viel zu tun habe. Und, wenn ich mal, dass ich da war, wenn ich überraschendte, wenn ich gerne die Pflege habe, oder wenn ich mich nicht so, Stimmt, mir geht's ja. Stimmt, ja. Stimmt, ich könnte mir frei bestellen. Wir haben die Kegeln kommt, boah die Kegeln, ob sie ihn Massage sowieso nicht Uah Das neid sind nicht, da könnt ihr mal den Boss reinführen Ja, ich möchte noch zu drei jetzt, die wollen wir sagen. Wie sieht? Ja, schon egal. Es ist so schwer, die ganzen Hübschen zusammenzukriegen. Die Dinge, die sie für die Beppo sieht, kommen sie ja 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 ja. Und dann darfst du selber wissen. Wir haben gesagt, ja ich kann nicht, ich gehe da und da hinten. Und dann haben wir gefragt, wie es wäre, und es wäre nicht. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wir haben bloß ein Update für A-Pack. Die sagt, du schädig. Nein, lass mich mal drauf, du scheiße brennenden Mungo. Ja, scheiße, keine Kugel mehr. Nein! Nein! Du hast mich zu schluss. Dann machst du also, sie können doch vielleicht, dass ich fliebe vom Sänger ran. Also, jetzt kennt ich mich am Punkt, dicke Schmeicheltfehlen, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ja für die coolen Kids. Ich habe sie schon gesehen. Ich bin mal dran. Bis zum anderen bin ich für die Launcher-Pursche. Ja, ich finde... Weißt du, sein Pusch kostet 80, 90 Euro, gell? Also, er macht Lounge-Fly hier, ich denk. Ich mach nicht, doch ne, wenn man denkt ein Lounge-Fly, wo ich mal 6 Pusche kaufen kann, wie eng für 400, 500 Euro für Louis Vuitton, oder so, weißt du. Also, so denke ich. Sie drehen sein, ich meine. Wenn man entkehren wird, dann muss man entkehren. Ich kühle auch immer einen Neu. Und ich bin gerade Pünzl, das ist so schön. Die Müsse standen so ein Stück her. Ja. Witzig, was mein kleines Schwester nicht mehr. Ich faszinne meine Summe-Ur-Form-Mais-Beschenke. Was willst du? Ja. Ja. Also, ich schlä dir das mal zu hoch. Der kleine Portemonnaie, wo ich den ganzen Setup wollte, von Lounge, oder? Das waren Pusch, die Porte-Fly, den Münz-Porte-Fly. Ja. Und Beauty-Pusch. Das war mega teuer. Und du hast halt alles Kaff. Ja, das ist mir kleines Schwester. Boah, mega teuer. Ja, aber es sind auch so. Guck den Kaff in den stehen, den Controller, du Kaff. Ja, ich bin gespannt. Mein Wünsche sind auch heute nicht besser. Also heute komme ich auch mal zu einem Preis. Ich wollte meine Porte-Fly-Fly-Fly gehen und ich wollte unbedingt die E-Fly zusammen mit und den und meine Schwester machen nur noch Kaff. Und meine Mutter hat es, dass wir euch teuer Geschenke machen. Meine Mutter hat die Macht nicht gekannt. Und dann habe ich geguckt, oh, genau geil, das haben sie nicht. Und meine Schwester schon in den Tisch bin ich beim Fuss gerannt. Und ich dachte, pferd, man. Aber wir sowieso nicht pferd, deswegen machen wir es. Ja. Das ist die Macht, die du auch verlassen musst, ne? Richtig. Ja, die sind mega gut, die verlassen. Die sind da ja mega gut, man. Also du kaufst wirklich Qualität, ne? Also die Portemonnaie für die Karten, du? Äh, nee, das war nach einer klassischen Portemonnaie. Momentan, meine Portemonnaie als... Wie weiß ich, meine Portemonnaie oder Portemonnaie? Als Loh zu einem ganz Dünnen. Und mein Wunsch-Portemonnaie, den ich bei mir spät werde kaufen, als ein Marvelic am Ende. Das ist von einer Firma, die am Crowdfunding war. Und die in Amerika große Succes haben mit deren ganz kleinen Portemonnaie. aber die sieht komplett aus Titan. Uh. Das Dingens kostet. Du kannst die komplett konfigurieren, wie du es gerne willst. Du kannst mit Erweiterungen dran machen. Du kannst den quasi customisen, wie du willst. Du kannst die Karten machen. Du kannst die Karten machen. Aber das geht doch nicht. Das wird doch nicht gehen. Alle Karten machen. Und die Konfiguration, wo ich mag es machen, ja, sind die 450 Euro für das. Das ist aber eine schöne Portemonnaie. Ja, meine Portemonnaie. Das ist eine gewisse Stand, wo ich dich immer beider drehe. Meine Portemonnaie. Ah, ich weiß, ich noch über 200 Euro für meinen Winter. Soll der Rucksack ausgehen, obwohl die nehmen 80 Kostöte am Acker. Okay, gehen wir es an. Oh, gecustomt Controllers sind immer extrem teuer. Ja, die Normale passen bei 70 bis 80 Euro. Ja, die Normale passen bei 70 bis 80 Euro. Ja, wenn das in der Vergangenheit rechtlich ist, dass das definitiv ein Stück weitergeht. Aber mittlerweile ist das in der Normale Preis. Ich würde mich interessieren, wie viel zu tun, wenn du hier ausgehen würdest. Den würdest du all wegen den Controller geschrubt. Ja, das ist noch so, wenn ich dir nicht zum Zweig gebrauche. Ich würde mal einfach so empfagten, dass man viel zu neuer ist, die scheiß Controllers. Ich muss zuhören, weil der Preis von der Füße ist ja viel Farbe geil. Nur die Moe, die Rot, die Blu, die Rosane. Also ich kaufen es dann wirklich einfach nur die Farbe. Und dann würde ichen so aufbauen. Ich hoffe, ich bin schlecht. Ich habe mich in den USA gebacken. Ich habe mich in den USA gebacken. Und dann habe ich mich in den USA gebacken. Dann bin ich hier schlafen. Was ist das so, wenn ich in die Luft habe? Ja, ich kann mich nicht in den USA gebacken. Was für eine originelle Idee. Ja, ich weiß ja. Naja, das ist definitiv ganz clever. Du machst alles dran, du machst alles dran. Oh, du guckst wie es dein Nummler sieht. Coca. Oh, Coca. Ich will Coca-Cola. Wir lachen mal drüber. Ja, Coca. Wann die Schriften macht halt so langsatze? Die Schuze ist auch nicht abse... Fängst du jetzt auch im Stream mit Bänderflashtern an? Wolltest du nicht laserfriesen? Ich dachte, woher ich damals das Video geschrieben habe. Achso, da ihr hängt ein Raust, aber... Ich hab mal gefragt. Ich hab mal gefragt. Was hier ist? Und was ist hier denn? Was hier ist hier? Ich hab mal gesagt. Ich hab nur gesagt, was ich jetzt gehört habe. Ich hab nur gesagt, was ich jetzt gehört hab. Es ist los raus. Es hängt Parakurtflaschern an. Ja, nicht so wie Spanisch. Was ist das nämlich? Es hängt an der Schnur, wow. Ja, das ist genau das. Ich kann auch Porakur klasten. Porakur, dass du das mit Mom mischt. WTF? Verlost die... Okay, komm zurück, als würdest du Kim ein bisschen nachmachen. Ohohohoho. Das ist nicht lieb, geil. Da war ich gleich starten, Matthias. Discord, Matthias. An das, was Kim flechtet, das könnte ich nicht. Nichts. Ah ja. Fühlt wie Respekt, dass ich einfach so was man machen kann, nee. Alles gut. Okay. Uh heh. Also, wenn du noch was sonu? Ja, das ist der Lolo-Mann. Die gehen schon mit dem Mann und wir gehen zum Schmama. Der will sich bis zur Mama gucken. Mott Ich bin am Rundach ein Zeitlang Parakoch gekauft ja von mir und vom mammut herkommet power koch zähler aber die sehen ich schon geduld für konstruktionen oder auf jetzt klattern ja ich meine paracop zu vorn ist nur an die bosse geschafft hast halt hätte man so ohne hä Okay. Verbanderflaschen, dann haben wir doch Popperkopf. Eigentlich machst du halt mit dir. Okay. Jetzt ist für einen Mop gefehlt von einem Doofy, das ist der Lob. Pfff. Soit ja, heute kannst du ihn durch, äh, viergestellten. Du brauchst mich guten Sanitären auf den Dingen. Ja. Weil die Exküse, äh, schulde ich nicht auf Discord. Mhm. Ja, das ist eigentlich keine Exküse. Weil, äh, du bist so oft am Chat dann gesucht, Diana. Was ist das? Und plus, es hat ja auch die Misha. Und die Misha ist auch von Mengen Discord drin. Aber weißt du, du bist so auf Discord drin. Da kannst du kein Shit drin appen. Du musst nicht mal auf den Server gehen und gucken, wen aus dem Server angeschrieben. Also den Lied. Und mit dem Fink! Beste de Mossa! Aber nicht den Marsal! Uhhhh. Bein. Ach, du bist ein Habits muss, weil... Weil der Marsal ihn mit Mägemauert hat. Wenn ihr gar nicht so fackt, würdest du erklären. Weil... Reise im Flank! Was ist das? Ich hab' den Scheiß. Mit Löwen er anfängt Apex zu spielen in Darden. Ohhhhhhh. Ohhhh. Ohhhh. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Oh Moment, irgendwo so Festival, selbst Summer Bree. Was? Summer Bree, wie immer ziemlich so Festival gerade ist. Oh. Ich weiß die Leute auf einem... einem Snapchat da. Okay. Ich mein, das ist nicht dein Ding, ich mein, das ist eigentlich doch Reggie. Oh, ja, ne, 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 ne. Da scheiß irgendwo. Ich bin Gothen Manivas. Aber das ist also eine cool? Ja, sei den Schiffe. Ah. Oha, auf die Watt greift jetzt aber schon ein Bemo. Er hat ne Schicke schon den Himmel, der einfach mal. Oha, ich will das nicht machen. Ich fang Tierbilds funktionieren. Und du sollt auch schon kümmern. Ne, ich springe mir nicht hier in Tierbilds funktionieren. Zumindest du so dumm als du mal bist hier den Kölzer. Das hat nicht wirklich das Problem. Genau wie mit den Wildern, die man am streamen will. Das ist nicht mein Problem. Und du, die Wildern nur schwarz. Soll ich nur nicht um Leute gehen, trommst du schon da unten rein. Oha, wir haben auch schon ein Video, das wir gucken können am streamen. Okay. Ähm, ähm, Rentner am Steuer. Ja, da ist witzig. Da war ein jünger Gäste, guck rein. Ob Leute sollen, aber du wirst in den Alter der Führerschein auch voll solle krähen. Das sind du leider auch der Menü. Ja. 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 Du wirst in den Alter von der Küche aus. Weißt du? Ja. Und die wird hier den, warte, hat sie Licht geschehen. Dann wird in den Alter von der Küche gefüßt ein und schweig gewesen. Ein Drittel so von der Küche. Nee, nicht da, wenn sie mit Licht geschehen. Okay. Und der fährt mit einem Rollator und der kommt den Führerschein aufgeholt und lädt mir ein Klo aufgeregt, weil der Führerschein wird weggezogen. Ich habe den fährt mit dem Rollator. Ich weiß nicht. Ich wollte es einfach so machen, aber in bestimmten Alter kann ich den Führerschein erzeugen. Die Leute, die den öffentlichen Transport kostet, sondern die Leute, die hier Dienstzeiten vom Führerschein aufgesetzt haben und den öffentlichen Transport gratis bekommen. Ich habe einen Jumbo-Karten. Oh ja. Ja, aber es sind Dinge, dass gut mit abkarten oder so. Da sind Leute wirklich geholt, weil sogar wenn man den öffentlichen Transport platzt macht, Sie können nicht so richtig abkaufen, so wie Sie können natürlich nur das Hebel schlafen allein. Nö. Äh, okay. Mönchlein auch Sinssinn und so weiter. Aber das ist heuer Letzburg so viel zu wissen, wofür ich auch kaffe gehen. Aber dann kommen sie nämlich raus. Weißt du. Ich versteh'n Sie schon, dass sobald du den Führerschein aufgeholt hast, wirst du die großen Hebel von der Freiheit aufgehen. Ich versteh'n Sie schon, dass sobald du den Führerschein aufgeholt hast. Ich versteh'n Sie schon. Einerseits. Und andererseits, müssen Sie aber auch, wenn Sie unsere Flachse nicht mehr gehen. Weißt du. Dann muss es auch, wenn Sie dann aufgehen. Ich hab'n Sie nicht. Ich hab'n Sie nicht mehr Pop-Demos vorhin und Kontroll gegangen, als für die erste Kontroll. Und ich hab'n Wäschkoll Kräne. Als mein Schwer ihr Geld dafür, ich hab'n Sie auch nicht. Können Sie mal hier, wenn ich mich wäschwälen. Genau so. Egal. Sie wollen keine Wiener, weil sie geht's nicht mehr. Also alle sehen, wo sie hier fährt. WTF? Ja, aber sie sagt auch das, das läuft. Nein, das kommt nicht. Und wir sind heute auf einer Strasse... ... hat Strasse aus einer... ... äh, vierfach... Nee, du hast überall ein Gerät, vierfach. Ja, und sie, sie bretet einfach durch, ne? Das sind die ehelste Damm auf der Strasse, ich auf vierfach. Ja. Ich weiß echt, wie sie das versucht hat, ... aber ich geh keine Absicht, wo ich fuhre. Aber wenn du bei der Strasse bist, ... was hat er denn echt? Zicke, ich weiß nicht, wenn ich zahle, ... so, dass ich hier hinfuhren muss, ... dass ich hier hinfuhren muss, ... da muss ich hier hinfuhren. Ja. ... 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 Ich habe die Capture-Card mit dem Switch oder mit dem Tablet gesprimt und ich hatte immer ein Delay dran. Und durch die Darstellung, wo ich den Recall gemacht habe, dass der Ton nachher zurückkommt, erwartet sie Kronhanno. Es ist sowieso fertig, dass meine Capture-Card ersetzt und die, die über PCI und PC kommen müssen. Oh Mann. Weil dir ist mir reaktiv. Es ist dann quasi gar keine Differenz zu dem, was du spielst oder was du gerade an der OBS zu hast. Okay. Du kennst recht theoretisch, die wird schon zu vom OBS spielen. Das war das hier von Dingern. Weil ich kann die nur mal nicht. Hallo? Wer rief denn? Der Nibar rief denn hier schon über WhatsApp? Ça va, okay. Merci. Ich traur rief denn für ein paar Jahre. Und ihr könnt auch die Kondition. Ich traur rief denn her. Ich traur rief. Ich traur rief. Ich traur rief. Okay. Verlebt das jetzt? Sie traur rief. Wo? Ich traur rief. Was ist denn da? Oh ja, ich hab's gebremst. Hä, wie? Wir werden beim Treffen eine Chance von 10% verwendete Munition in das Magazin, die so auf der Zurückkehren zu lassen. Ah, okay, das ist cool. Mein Gott. Du bist voll. Bis zum nächsten Mal. Boah, ich mach mir nicht viel dem Hals, geh mal gleich Kugel, ne? Also... Stopp-Kritt, erhöht Viderstand gegen Elementar Schatten um. Ist jetzt wo zu spitzern, denn das Gerät. Ich bin so auch stolz, dass du freundet herrst. Also... Tito. So. Und zum Gang was zu streamen. Geh doch mit und denk Funktionen. Willen. Hast du, du willst, was du musst. Ja, ich muss schon da werden. Alles in die Steinung, oder? Dann muss sie da werden. Aber dann kommst du ein, oder? Aber dann kommst du ein, oder? Ball ist. Noch Fuß. Weil, ähm, was friedlich für so ein Banschen 3.50 schreit. Am Anfang kannst du ganz einfach machen, wenn es nicht weiß, was so ein Banschen kostet. Entweder guckst du einen Vergleichsartikel für eine Molenide zu kriegen, oder du kannst anhand von der Materialverschwendung einen Preis ausrechnen und überhaupt einen Maßstab rechnen. Ich habe ihn übergemacht bei mir, den echten Banschen. Weil der Kaffee noch so gelehrte Wunde. Weil das den Auto, den du gequitscht hast. Ja. Wird man auch gerufen? Ja. Hey, Papa hat mich gefühlt, dass du dich für die Banschen heute froh hast. Ja. Eine Halt! Eine Halt! Eine Halt! Eine Halt! Ja. Das gefällt mir, wie er alles verloht. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay, gut dann. Das gefällt mir. 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 2.000 Wir brauchen uns hier zu Gleveln Wie gehts? Bis dann Ich hoffe du hast einen guten Grund Was hast du mir mitgebracht? Ah Okay, mehr kriegst du nicht. Ciao Brauchst du was? Du weißt wo du mich findest Was ist denn 300? Wut 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 mit ihr so ein besitzer Jo, gut, die haben noch ein gut 8 Level in Dillber Lass mich bitte follow Oh, shit, im Pimul weiter alles die Level in Ja, es gibt schon mehr Fähigkeiten, ich werde jetzt noch fertig, erst einmal auch Maximum und Aufbaureite, ja gut. So ein Punkt wird es unwichtig auslaufen. Es wird ein paar Konto richtig wichtig. Ich werde das definitiv ausbauen, weil das so ausschließlich kuschelig bei mir. Ah, das ist ein Stück für Fluch. Ok, dann zum... Warum der Google? Das wäre eigentlich mega praktisch an den Buskampf. Ne, der hat einfach Freikampf. Du weißt, wo du mich findest. Was kann ich für dich tun? Lass mich wissen, wir... Lass mich wissen, wir... Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Oh gut, das kann ich für dich tun. Weil es sattvoll ist. Du hast die Scheiß, wo ich Gesicht habe. Das brauche ich unbedingt. Sattvoll ist. Untertitelung. Ich werde schon nicht gefregen. Und die nur würde ich nicht verkaufen, weil die selten, die brauche ich mit Upgrades. Ich glaube, dann muss ich, wo ich halte das auch. Ja gut, dann gibt es nicht zu verkaufen. Das ist nicht viel über das Leben vor der Stadt. So, mir ist das Stimulop, ich schaue den Preis, da gucke ich für die Rüstung an. Okay. 425, 425, 525, 525, 525, 525. 525, 525, 500, der ist 292, 200, der ist 250, der ist 750. ... ... 375 375 375 4 4 4 4 10 million für alles für alles für für die 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 4 5 10 11 10 12 15 12 15 15 15 Was ist denn ein anderer? 2 Stunden 3.50 Genau Versteller Video So Repression So Das ist ein E, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protokoll pasif Ich habe auch mal ein Video, in dem ich füttle. also ganz am Anfang gestreamt und auch abzulöten Gott sei Dank durch Twitch Turbo wird die Möglichkeit eben die 2 Monate lang zu stockieren um Twitch weil ich meinen neuen Youtube-Channel viel mehr später abgemacht habe und habe alle Streams die ich in der Vergangenheit gemacht habe und habe alle abgelöten 1, 2, 3 3, 5, 6 und 7 noch 7 Videos um zu löten ja das ist eine Katrin da schon nicht bedenkt dass du immer Streams in den Tischen 3 bis 8 Stunden sind halt immer viel Material und die neuen Videos die sind sogar alle guten an Full HD abgeholt denn die brauchen immens lange die brauchen halt bis zu 8 Stunden denn das ist groß mein Computer schafft hier und da und kriegt das noch gut so lange alles gemanagt den Streamlabs, den Upload, den Download und dann zocken ich noch dabei das ist kein wenig das ist kein wenig ich muss es können ich war teuer genug momentan habe ich im Wattbereich ich denke euer Stromrechnung ich glaube bei 620 Watt von meinem ich bin nicht wir haben uns gut gekillt mit einer Temperatur nur an der Leichtung also bei der Leichtung von knappe 47 Grad kann ich nicht mehr also dann bis dann ich komme gleich rein und dann σας oder 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 die nicht ich die 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 Vielen Dank. 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 Wow. Yeah. 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 es ist kein platz mehr ich packe mein puer bannel nach oben Jo Und dann können wir mal rein in die Wand bringen Du musst nicht mehr aus dem Stream beschließen, wenn du das mischt Du kannst nicht guter kriegen, wenn ich gut Hm Ich weiß nicht, dass ich beide schreibe Oh, wir sind auch wieder raus Merci Oh jetzt musst du kommen hoch und ruhig Seiten Ich bin nicht mehr zu der Ich bin nicht mehr zu der Ich hab einen Schweinlänster holen, ob ich auf die Stelle drängen will. Zumindest, ist es vorbei. Kein Platz mehr. Davon kann ich nichts mehr tragen. Dann muss ich noch mal wieder gehen. Ach, das sieht nicht gut aus. Davon hab ich genug. Girl, darfst du doch kommen hier mal. Ja, darfst du doch kommen hier mal. Na, das ist ja so. Ja, das müssen aber trotzdem auch nicht. Also komm nicht. Nee, sie ist sowieso unbelangt bei den Opern. Davon kann ich nichts mehr tragen. Hast du dir eine Kugel? Nee, ich glaube nicht. Sie sind hier! Die Kugel ist nicht so. Doch, doch. Toll. Doch, doch. Der ist nicht so. Die Kugel ist nicht so. Los. Nicht so. Prost! Was kommt in den Verserden? Den Potschmann? Und ob du das nicht schützierst? Was kommt in den Verserden? Ich glaube, dass er bei 8 Tage unterwegs ist. Was ist das? Komm doch mal raus. Ich glaube, dass er bei 8 Tage unterwegs ist. Ich bin nicht über 8 Tage unterwegs. Ich bin immer gut. Ich bin immer voll. Das sind viel. Das ist viel. Das ist viel klasse. Ich bin gleich davor. Ich fang Farbenhüste. Da komme ich mit einer schönen Box. Ich habe eine Kollektion zwischen den Farben, wo ich bei Suicide mache, um die Alkohol zu wegzuhören. Ich muss mich verhalten. Ich muss mich nicht sehen. Du könnt ja nur die neue Stoffe reisen. Du kannst ja nur die neuen Staffel reisen. Das stinkt hier so. So. Das ist halt direkt der Kanzler. So, was du willst. Das kann ich präsentieren. Präsentieren wir im nächsten Stream. Spanischer machen. Wenn du sie, dann bist du. Du hast den Kanzler zu sehen. Du hast den Kanzler, dann ist es der Kanzler. Du hast den Kanzler. Du hast den Kanzler. Du hast den Kanzler. Und da kann ich schon zuckern. Die Pisse ruft, dass wir gewusst haben. Das hätt ich nicht gesehen, du Spost. Also wird so lang, wahrscheinlich. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Wir wollen die Seite verlieren wir. Wir haben noch mehr die Seite des Films, wir löst ein. Wir wollen den Chatzen nach einer Uhr hin. So wie viele werden die lange schauen. Wir wollen die Schlüssel-Titung nehmen. Oh, meine Tasche ist feuer. Oh, ich glaube, die Momente ist nicht mehr weit, ich weiß nicht. Sehr gut. Kein Platz mehr. Okay, ich denke, dass ich nach hinten mache, dass ich keine Lehre machen kann. Was ist denn da? Ich denke nun Kim von der Steine Munte noch ein paar treffen. 5,5 Jahre DSteine Wunder 5,5 Jahre DSteine Sektorg. 5,5 Jahre DSteine Wunder 1,5 Jahre DSteine Wunder 9,5 Jahre DSteine Wunder Schleim. Ha, ich hab schon noch seinen Kurscht. Boah. Scheiss Schleim für den Hammer. Ah, ich sperne. schlägt komm mal ja komm ja Ja, freu mich. Was ist das schon? Scheiße, ich hab ein guter Schleiz gemacht. Aua! Was ist das? Scheiße, schau kein Geist um. Schleim. Schleim. Ah, sie praten wir mal. Ok. Ah, wie man in Kasse hat die Safe Point. Also ne... Oh, ne starten. Das ist die Safe Point, die wir abgelaufen heute. Ehh... Und jetzt. Meine Tasche ist voll. Oh ne... Das ist das, was ich bin. Ich bin mit dem Luftfluggerät. Mägello River auf Apex. ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.